So, wir haben jetzt ein paar Fenster. Wir haben 2 Uhr morgens. Ich hoffe, hier kommen keine Viecher rein. Ich hab dich gesehen. So. Oh, prima. Zuerst bin ich nicht mehr ausgestorben. Warte, warte, warte. Oh, Mist. Das gibt's doch nicht. Der ist jetzt in so'n Haus. Ich kessel ihn mal ein hier. Ähm. Hat er mich angegriffen, weil ich ihn getroffen hab? Mist. Das heißt, mein Loot ist auch weg. So. Wir haben jetzt, glaub ich, noch einen Krug bekommen, ne? Ja. Ach ja. So. Dann. Na ja, wo ich das hier wieder hab? So. Der hatte sogar noch Agro, nachdem ich gestorben bin. Tja, ich... Hm. Hier, wo mach ich hier die Fenster rein? Na hier, vielleicht. Krieg ich da an? Nee. Gut. Äh, so. So, und dann hier vielleicht. Dafür brauchen wir mehr Fenster. Äh, du mir nix. Warte mal, ich brauch dafür Twins. Ah, klar, das haben wir ja. Aber Twins brauchen wir. Take all. Und hier, take. Die brauchen nur eine Menge Truhen. Craft. Fenster. Eins, zwei, drei. Mistel. Ja, ich mach noch ein paar mehr. Zwanzig Stück. Und... Äh, fünf. Ja. So, hier müssen auch ein paar Fenster hin. Oh, Fenster. Da. Nein. So, und da. Noch zwei. So, dann auf der Seite. Und hier. Vielleicht brauchen die Sonnenlicht. Ich schau mal gleich auf meine Farm. Äh. Ich sollte vielleicht ein paar Sachen ablegen. Das nehme ich mit. Das alles kommt rein. Kohle. Ja. Das ist auch drin. Stone Rod. Da, den Teleporter. Ich vergesse mal, den Teleporter zu platzieren. Oh, nein. So. Dirt Slap. Ja, Korallen tu ich auch mal rein. Wood Rod. Okay. Ja, hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Container ist voll. So. Ich will auch mehr tun. Aber ich gehe vorher sechs Uhr morgens. Die Monster müssten weg sein. So, wie macht sich denn unser Fahr? Muss ich das irgendwie bewässern? Not 30 decide. Okay. Ich brauche so eine Hake. So eine Spitzhake. Äh. Ranch. Was ist das? Unlock. Damit können wir hier Tiere züchten. Äh. Tamen. Ob sie die noch? Ich muss eine Dingsreise machen. Das packe ich mal alles hier hoch. Kommt da auch. Bett habe ich auch noch mit mir. Dabei. Äh. Mine. So, zehn Stück. Dann mache ich noch mal ein bisschen mehr 20. So, dann platze ich mal hier zwei Extraktoren. Sieht jetzt besser aus, ne? Den Raum muss ich auch ein bisschen erweitern. Obwohl, das hat was, finde ich. Was wollte ich machen? Scheiße, ich habe es vergessen. Ach ja. Erst mal den Teleporter. So. So, dann ist es wie eine Fußmatte. Dann unser Bett. Wo platziere ich denn unser Bett hin? Das kommt weg. Kommt unten hin. Ich glaube, ein Bett kommt hier hin. So. Die Truhen lasse ich erst mal. Äh. Das. Das kommt. Ja, hier unter ins Fenster. Und daneben. Ich habe, glaube ich, noch. Ja. Das hier. Ja, das kommt. Das tue ich mal hier hin. Diese zwei Dinger kommen eigentlich in den Keller. Das tue ich erst mal hier hin. So, ich muss den Boden ersetzen. Mit den Handschuh habe ich dabei. So. Wahrscheinlich wird er jetzt drauf gehen, aber... Was soll's. Ah, ist kaputt. Okay. So, dann kraten wir uns mal ein neues Handschuh. Stein und Kohle und Blumen. So, dann kraten wir uns mal ein neues Handschuh. Schön. Fürden. Ich hör夜. Ich hoffe, wir kommen in den Griffen. Wir kommen in den Beschrijden. Wir kommen in den Griffen. Schon sagen.